Hallo und Glück auf. Eine weitere Ausgabe vom Legenden-Talk steht an. Lange nicht gesehen. Länderspielpause und Ostern. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage gehabt und ein schönes Spiel. Leider fehlten zwei Punkte. Ein 0 zu 0 gegen Karlsruhe. Mit welchen Erwartungen? Sprechen wir erstmal über das Spiel. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Wie zufrieden seid ihr? Wie enttäuscht seid ihr? Ja, zufrieden kann man ja nicht sein. Wir waren ja da und haben uns das Spiel angeguckt und zwei Punkte wieder mal verschenkt. Und das ist nun mal so, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn du vorne kein Tor machst, schießt du kein Tor. Wenn du hinten keinen reinkriegst, dann stehst du gut, dann spielst du 0-0. Und so war das eben am Sonntag gegen KSC. Denn wir in der ersten Halbzeit mussten wir das Spiel entscheiden. Weil wenn du solche Chancen hast, dann musst du Tode machen. Das gibt es ja nicht, wenn ich sieben Meter alleine vorm Torwart bin und dann in die Arme schiebe oder so. Das geht nicht. Du brauchst ja links oder rechts die Ecke aussuchen. Ob es mit Gewalt ist oder mit der inneren Seite spielt alles keine Rolle. Dann gewinnst du dieses Spiel. Auf der anderen Seite, wenn wir zurückdenken gegen Paderborn, schießen wir drei Tore. Aber dann haben wir Fehler gemacht, die zu Toren geführt haben. All diese Dinge, die musst du bereden, die musst du abstellen. Dann wirst du auch keine Probleme haben, in der Liga drin zu bleiben. Es geht um nichts anderes, als in der Liga drin zu bleiben. Wenn man sich die Situation anschaut, Gott sei Dank hat Magdeburg verloren, hat Rostock verloren. Man ist ja da unten drin. Und wir wollen ja, dass der Schalke 04, Armin und ich, wir wollen Schalke 04, dass sie in der Liga bleiben. Und dass sie in naher Zukunft auch vielleicht die Chance haben, wieder in die erste Liga zu kommen. Dafür sind wir, dafür sind 180.000 Mitglieder und dafür sind jedes Mal 60.000 Zuschauer im Stadion. Die wollen das. Und deswegen muss man hoffen, dass die Entwicklung dahin geht, dass wir die Möglichkeiten haben. Aber jetzt heißt es erstmal, geht den Abstieg zu spielen. Da müssen wir alles tun. Ja, du hast schon wieder fast alles gesagt, Klaus. Erstmal frohe Osternachträger an alle und Glück auf. Und ja, ich habe am Sonntag zwei Spiele gesehen, habe mir hier Schalke angeguckt, also unseren Verein. Und dann bin ich noch ein bisschen später nach Bochum gefahren und habe mir Bochum also auch angeguckt. Und Bochum hat also für mich nicht schlecht gespielt, haben zwei nur geführt. Und dann sind die auch irgendwie in so ein Loch reingefallen. Das ging so irgendwie so ein bisschen bergab und haben spielerische Fehler gemacht, meiner Ansicht nach, in Bochum. Und haben auch meiner Ansicht nach zu weit dann auch vorne gestanden und wurden dann irgendwann von den Darmstattern doch überrollt, irgendwie zum 2-2 noch. Aber vielleicht zu unserem Spiel ist ja viel wichtiger. Also ich bin schon, ja, also man kann sagen, mit der ersten Halbzeit kann man zufrieden gewesen sein. Der Klaus hat vollkommen recht. Wenn man seine Torchancen nicht ausnutzt, dann macht man solche nicht. Aber du warst, wir haben ja vorhin nochmal da kurz drüber geredet, wenn du natürlich solche Kopfballchancen hast. Ja, oder der Thomas hier allein vom Tor steht und du machst ihn nicht rein. Dann ist es ja auch so, dass du bei uns in der Mannschaft die Uhr nachdrehen kannst und sagen kannst, 70. Minute wird es eng. Ja, da fangen alle an, gehen alle runter. Die haben alle so vom Kopf her, sind die dann nicht mehr so richtig dabei. Was mich, oder persönlich, was mich immer ein bisschen ärgert, sind dann diese Auswechslung, ja. Torotter raus, Top raus, Larsen rein und auf der anderen Seite war, glaube ich, da, wer kam noch rein auf der rechten Seite? Für Brömer kamen, war die Charlie, ja. Nee, aber, ja, ist doch egal jetzt. Auf jeden Fall, ich persönlich finde es, wenn man zwei Stürmer, zwei richtige Mittelstürmer rausnimmt und man hat dann keinen mehr in der Mitte. Ja, Larsen, der kam rein, der hat gleich die erste Aktion gehabt, spielt den Ball gleich ins Aus. Dann war das Publikum schon mal Hurra, Hurra, ja. Also, der hat einen Anfang gehabt, also den möchte ich nicht haben. Ich glaube, dass wir taktisch falsch gemacht haben, dass wir beide rausgenommen haben, beide Stürmer, also zwei Mittelstürmer rausgenommen haben. Ich hätte mindestens einen Top drin gelassen, weil ich so den Eindruck hatte, der eigentlich so von der Kraft her noch am meisten drauf hatte. Dann muss man sagen, dann kam die Karlsruhe ein bisschen besser auf, aber war eigentlich nur ein Nullspiel. Man hat sich dann natürlich dann auch noch aufgeregt wegen dem Elfmeter, aber, weißt du, ob man jetzt hier unten in der Kabine rumschreit, soweit wie ich gehört habe, der ist ja wirklich da abgelassen, verstehe ich nicht, weil wir haben genug Chancen gehabt. Die sollen sich mal in ihre eigene Nase packen und wenn sie das nicht, wenn sie das an Torchancen nicht ausnutzen, dann ist es so, dass du 0-0 spielst, ganz einfach. Und du kannst ja von Glück reden, dass die Karlsruhe auch jetzt nicht so unbedingt betickt waren, hier das Spiel zu gewinnen. Die wollten eigentlich nur einen Punkt holen und damit waren sie zufrieden, meiner Ansicht nach. Mit einem 7-0. Ich meine, die haben Magdeburg 7-0 geschlagen. Wir 2-5-Niederlage in Berlin. Da gehe ich doch mal davon aus, dass Karlsruhe da schon was holen möchte, ja, oder? Normal können ja die Karlsruher ganz befreit aufspielen. Sie sind Tabellensechster. Und haben wahrscheinlich auch mit oben und mit unten nichts zu tun. Aber dafür haben sie mich doch ein bisschen enttäuscht, weil sie wissen auch, dass die Mannschaft von uns verunsichert ist. Dass wir da unten stehen und das ist immer eine blöde Situation, wenn du da unten stehst wie wir. Und da kommst du als Gegner hier hin und musst mit so viel Selbstvertrauen hier hinkommen, weil es sind ja andere Mannschaften hier hingekommen, die was weggeholt haben. Und vom KSC, muss ich auch ehrlich sagen, ich wüsste jetzt keinen, weil ich die Möglichkeit hätte, einen Spieler zu verpflichten vom KSC. Obwohl sie Tabellensechster sind. Und deswegen haben wir eigentlich Punkte verschenkt. Weil wir die bessere Mannschaft waren, die größeren Chancen hatten. Aber Abysa hat gesagt, wenn du Chancen hast und machst sie nicht, dann musst du doch damit rechnen, dass du einen hinten reinkriegst und verliest 1-0. Und das ist ja dann doppelt bitter, wenn du als Verlierer vielleicht vom Platz gehst. So waren wir vielleicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen verunsichert, nur nicht offen zu machen, nur nicht, dass wir einen reinkriegen, dass wir dann vielleicht 1-0 verlieren. Und die Spiele, die wir dann eben haben noch, die werden ja auch nicht leichter, weil man muss die Gegner nur anschauen. Und deswegen waren es zwei verschenkte Punkte, die auch schon gegen Paderborn zu Hause, haben wir ja auch zwei Punkte verschenkt. Und die tun natürlich weh. Und wenn du die Tabelle anschaust, ist das so. Also ich meine, dass wir ja nun wirklich kein Stück weiter gekommen sind. Also kein Stück, wir sind nicht ein Stück weiter gekommen, weil wenn du deine Spiele auch zu Hause nicht gewinnst, dann trampelst du auf die Stelle. Und das wird dann immer schlimmer, weil dann fangen sie an, alle langsam Angst zu kriegen. Und ich hoffe, dass wir mal jetzt hier auswärts was holen. Aber was ich auch, es tut mir leid, aber wenn ich sehe, der Assam, der Kleine, den haben wir in Gütersloh beide gesehen. Der war der beste Mann. Dann frage ich mich nur, da spielt einer im Freundschaftspiel gut, warum spielt der Junge hier nicht? Ist das wirklich so, dass sie sagen, oh, hör mal zu, wir müssen den in Watte packen und den schön da hinsetzen, weil wir kriegen ja für den sieben Millionen. Wir haben Angst, dass er sich verletzt. Ja, dann brauche ich den auch nicht mal die letzte Viertelstunde reinzuschmeißen. Denn da kann er sich auch verletzen. Für mich muss der von Anfang an spielen. Und da verstehe ich den Gerritz nicht. Der sitzt doch auch in Gütersloh und sieht doch, was der Junge kann. Das ist das Einzige, was ich kritisiere. Ja, also der kann ihn doch nicht die letzten 20 Minuten da reinschmeißen. Und das ist ja auch ein Spieler, ein Techniker, der ein bisschen was braucht. Den schmeiße ich doch von Anfang an rein, Klaus. Ja, aber das ist wirklich, also das ist doch der Einzige, der hier reinkam und sofort was unternommen hat wieder. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass ich als Trainer so einen guten Spieler nicht spielen lasse. Also tut mir leid. Aber das ist alles richtig, dass der Junge schon gezeigt hat, dass er Klasse besitzt. Aber er war lange verletzt. Ja, aber der hat doch in Gütersloh gespielt. Klar, sicher hat er in Gütersloh. Ihr könnt doch nicht, der war vor fünf Monaten verletzt. Da kannst du jetzt nicht sagen, der war verletzt. Der hat doch die ganze Zeit schon wieder mittrainiert. Und wenn man doch, ich gucke mir da nur ein Spiel an in Gütersloh. Und da habe ich gesehen, dass er der beste Mann war. Der ist gelaufen, hat Dribblings gemacht, hat sogar ein Tor gemacht. Ja, dann hat er doch erstmal hier Selbstvertrauen wieder. Dann schmeiße ich doch so einen Jungen rein. Ich bestrafe ihn doch damit, dass er gut gespielt hat in Gütersloh. Und sage, du musst jetzt erstmal auf die Bank. Der hat ja auch mit dem Baumgartel, hat er ja rausgeschmissen. Warum? Weil wir beide auch gesagt haben, guck mal, was der für eine Scheiße da hinten spielt. Ja? Also den hat er ja auch rausgefeuert. Also kann ich doch auch genauso sagen, der Junge hat gut gespielt, der spielt. Und wenn er eben nicht die Kraft hat, so wie du vielleicht sagst, 70. Minute. Aber der hat so viel Potenzial. Der ist jung, der rennt, der dribbelt, der macht. Und wenn du letzten 20 Minuten reinkommst, tut mir leid, dann ist das auch für den schwer. Aber die können den doch jetzt hier nicht in Watte packen und sagen, um Gottes willen, für den kriegen wir sieben Millionen. Der darf sich bloß nicht mehr verletzen. Das ist doch, wir spielen doch um die Existenz unseres Vereins hier. Da müssen wir alle reinschmeißen, die wir zur Verfügung haben. Und für mich, die besten Spieler müssen spielen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Nein, sicherlich müssen die besten Spieler spielen. Aber man wird doch auch im Training, in der Woche und so weiter beobachten, wie ist er drauf. Mit ihm sprechen, hast du doch keine Probleme und so weiter. Und ja, es ist zwar entschieden worden, im Nachhinein kann man immer sagen, der musste von Anfang an spielen. Natürlich wird es jetzt Zeit, dass er von Anfang an spielt. Gar keine Frage, weil jetzt hat er da in Gütersloh gespielt, jetzt kann man da rein, hat er auch wieder gespielt. Er macht wieder Training und so weiter und von der Klasse her muss er spielen. Ich denke ja auch, da bin ich überzeugt, dass der... Also Darko, dass du den Darko vor ihm ziehen, tut mir leid, verstehe ich nicht. Dass der, er reinkam, noch, ja, also das ist für mich eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Muss ich dir ganz ehrlich, ob du jetzt rechts aus oder links aus, das spielt gar keine Rolle. Aber du musst doch so einen Jungen spielen, dann Darko kommt rein, der kannst du auch... Der hat doch nichts gemacht. Da braucht es ja auch keinen Auszug wechseln. Ja, der braucht doch keinen Auszug wechseln, wenn er überhaupt nichts unternimmt. Der stand auf seiner rechten Seite, ja, und hat nichts gemacht. Dann hätte ich hier vielleicht lieber eher noch diesen Amidi, oder wie der heißt hier, von der U23, wo ich dir gesagt habe... Amidi, guck dir den mal an, den Jungen, der ist nicht schlecht. Dann hätte ich den eher mal reingeschmissen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei dem anderen weiß ich doch, was der kann. Aber ich... Ja, ja, dann schmeiße ich doch mal rein, dann schmeiße ich den mal rein. Ja, also viel schlechter ist der nicht. Ich glaube sogar, dass der für mich auf der Position, auf dieser Außenposition, der Beste von den Dreien ist. Bin ich fest von überzeugt. Weil der hat, der ist schnell, der ist willig, das siehst du ja, der spielt eins gegen eins ganz gut. Das hat man in Güters auch ein paar Mal gesehen. Klar haben sie ihn so ein bisschen mehr in die Mitte reingedrängt, ja, weil der Verteidiger pausenlos kam. Da ist der also von seinem Spiel abgekommen. Aber der hätte Gerrits in Güters nur sagen müssen, komm, komm nicht immer, renn ihm nicht laufend auf die Pelle. Dann läuft er immer nach innen rein. Aber der hatte zwei, drei Aktionen, zack, 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 außen vorbei. Also ich finde den richtig gut. Und ich finde, irgendwo sollte der auch mal eine Chance kriegen. Man kann ja sagen, was man will, aber man muss auch die Jungs reinschmeißen. Man muss denen ja auch mal irgendwann sagen, komm. Und wenn ich dann immer höre oder lese, da sind zwei 17-Jährige bei Barcelona in der Innenverteidigung, zwei 17-Jährige Jungs in der Innenverteidigung bei Barca und ein 16-Jähriger im Mittelfeld. Da erfahr ich mich nur, sind die so Weltklasse oder viel, viel besser als unsere Jungs? Glaube ich nicht, nein. Die schmeißen die einfach rein und sagen, los, schwimmt mal los. Wir vertrauen euch und feiern. Ja, aber du siehst ja wieder, wer sitzt unten. Dann ist Marc auch noch dabei, Wilmers und der Trainer. Die sehen ja, sind bei jedem. Der Marc ist ja, glaube ich, nicht auf der Bank. Training, bitte? Nein, der Marc ist nicht auf der Bank. Sie sitzt oben, aber er sieht das ja auch. Die werden das ja besprechen über die ganze Woche. Und da musst du entscheiden. Und dann, ja, ich hoffe auch, dass diese Jungs mal die Chance kriegen, dass sie reinkommen. Und da müssen wir auch Leistung bringen, ganz klar. Und in dieser Situation, vielleicht haben sie Angst, diese Jungs zu bringen, in dieser Situation. Ich weiß es nicht. Und ja, es ist immer so. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, würden wir darüber gar nicht reden. Aber sie haben das Spiel nicht gewonnen. Wir haben Punkte wieder verschenkt und haben jetzt ein schweres Auswärtsspiel in Hannover. Und Auswärts haben wir ja keine gute Leistung gebraucht. Die letzten Auswärtsspiele überhaupt nicht. Hannover spielt oben mit und die werden Vollgas geben. Das bin ich fest von überzeugt. Und wenn du, bei uns ist es ja immer so, wenn du auswärts einen reinkriegst, bricht die ganze Truppe zusammen. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen irritiert. Also das ist jetzt keine Mannschaft, sage ich mal so wie Leverkusen, die sagt, boah, 92. Minute, wie lange spielen wir noch? Bis 76. Das Ding drehen wir noch. Diese Mentalität, was der da in Leverkusen reingebracht hat, das würde ich hier gerne mal nur in 90 Minuten sehen bei uns. Dass die bis 90 Minuten Vollgas geben. Und das ist leider nicht drin bei uns in der Mannschaft. Wir brechen ab und zwar ab 70. Minute. Also wenn uns einer einen Faden zieht und sagt, Schluss, Ende, aus. Und dann musst du zittern, dass du das Spiel nicht verlierst. Und so ist das eigentlich. Entweder sind wir wirklich, haben wir schlechte Vorbereitungen gemacht. Weil ich, oder eben wie auch gesagt schon mal, dass der ein oder andere, der verletzt war, dann eben nicht ordentlich trainiert hat, um wieder in seiner Form, in seiner Kondition reinzukommen. Und ich kann das nicht genau sagen, man hat vier Tage, glaube ich, jetzt mal frei gemacht beim Länderspiel. Vier Tage, das ist natürlich eine Menge. Da würde ich wahrscheinlich sagen, so, pass mal auf, der hat nichts drauf, der hat nichts drauf, der ist verletzt, der ist verletzt. Jetzt antreten, wir teilen die Truppe mal, wer die ganze Zeit gespielt hat, die haben mal eine Pause von drei Tagen, die anderen trainieren. Tut mir leid, Jungs, wir müssen was tun, ja, in der Situation, wo wir uns gerade befassen. Und da muss man einfach durchgreifen und nicht sagen, so, jetzt habt ihr alle frei und feiert mal schön oder geht zu euren Familien und, und dafür ist die Situation ja jetzt noch schlimmer geworden, dadurch, dass wir Spiele nicht gewonnen haben, also müssten wir eigentlich noch mehr arbeiten, noch mehr gucken, wie du ja auch immer gesagt hast, ich muss vom Tor arbeiten. Ja, dann bleibe ich mal eine halbe Stunde, wenn der Trainer diese Sachen vom Tor nicht macht, dann bleibe ich mal eine halbe Stunde und sage, komm mal her, hau mal ein paar Bälle rein, ich will was machen noch. Es liegt oft daran, dass man sich umdreht und in die Kabine geht. Ich weiß es nicht, weil ich ja beim Training nicht bin. Ich weiß nicht, ob du öfter beim Training noch zuschauen. Natürlich muss jeder für seine Position, die er spielt, was er für Aufgaben hat, der kann ja nach dem Training mal draußen bleiben. Der rechte Verteidiger stellt mal gute Flaggen und der auf Außenposition spielt auch gute Flaggen für mich. Das macht mir Spaß, wenn ich dann die Bälle treffe. Ja, und so war das bei mir, du weißt es ja selbst. Wir sind drei, zwei, dreimal in der Woche draußen geblieben. Und dann habe ich auch die Sicherheit vor dem Tor. Und wir haben keine Sicherheit vor dem Tor. Das kann man ja sehen, wenn man solche klare Chancen vergibt, ist die Sicherheit nicht da. Und wenn du unsicher bist, Angst hast, ist das ein ganz großes Problem. Und das hat man ja gesehen. Es ist nicht konsequent genug gewesen, ich will das Tor machen. Auch wenn es ein Abwehrspieler ist. Ja, der Legert hat das auch gesagt. Der hat gesagt, Klaus Fischer, der hat in Bochum hier als Co-Trainer und dann haben die Flanken reingeschlagen und von den Torjägern, ich weiß gar nicht, wer da alle war von euch, Leifeld und Kunst. Ja, und die haben alles daneben gehauen. Dann hat der Fischer gesagt, aber geh mal weg. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Klatsch, 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 drei, vier Stück reingehauen. Die beiden Jungs haben so geguckt. Und dann haben wir gesagt, ja, gut. Da ist der Klaus wieder weggegangen, hat er gesagt. Und dann waren die beiden so unter Zwang, dass sie noch länger trainiert haben, weil sie unbedingt Tore machen wollen. Ja, das ist jetzt so. Aber es ist ja kein Scherz von uns zu sagen, trainiert vom Tor, macht für euch selber mal was. Das vermisse ich, glaube ich, ein bisschen. Also heutzutage ist es so, der Trainer gibt vor und dann abpfiffen alle rein. Zur Ehrenrettung muss ich sagen, es gibt manchmal Drehenseinheiten, wo auch Spieler draußen bleiben und ein paar Bälle aufs Tor hauen. Ist selten, aber passiert tatsächlich auch auf Schalke. Und Darko Chulinov zum Beispiel ist relativ fleißig. Ja gut, der wird in 100 Jahren kein Tor machen. Der kann als Erster reingehen. Der muss erst mal daran arbeiten, dass er 90 Minuten laufen kann. Der soll einmal Ausdauerläufe machen für sich abends. Soll er hier um Berger Feld laufen, dass er ein bisschen mehr draufkriegt. Sonst wird er bei uns hier nicht mehr spielen. Ganz einfach. Wenn man meinst, ja? Darko Chulinov. Ja? Ach so. Ja, daran liegt das ja auch. Wenn du, wenn, wenn, wenn. Klar gibt es immer Leute, aber die wichtigen Leute, die Tore machen, die müssen vorm Tor arbeiten. Der macht keine, der macht in der Saison keine drei Tore. Aber Tirolle und Top und wie sie heißen, die müssen vorm Tor arbeiten, aber richtig. Der muss vorbereiten. Ja. Für die. Ja, das ist ja heute genauso wie zu unserer Zeit. Fußball hat sich ja nicht gewandelt. Fußball ist ja nicht was Schlimmes, sondern elf gegen elf spielst du da. Und wenn du elf Jungs hast, die gewinnen wollen, dann gewinnen sie das Spiel. Das ist ja in Leverkusen. Ja. Ganz einfach. Wenn du Jungs hast, die sagen, wir gewinnen das Spiel hier, dann gewinnst du das Spiel. Und wenn du zwei schon hast, die sagen, ah, mal gucken. Und schon gehst du runter. Das ist im Fußball so. Und der Fußball hat sich nur taktisch verwandelt oder vielleicht von der Ernährung ein bisschen sich verändert. Aber Fußball ist genauso wie wir noch gespielt haben. Ist zwei Tore. Da hat man sich drei Schiedsrichter, mittlerweile vier Schiedsrichter. Ja, aber das wird sich nicht ändern. Ja. Du musst die Mentalität des Gewinnens reinbringen in einer Mannschaft. Und das ist das Wichtigste. Und dafür ist der Trainer zuständig, der sagt, Jungs, wir gewinnen hier. Wir gewinnen hier und wir rennen bis zum Schluss. Und wenn du das drin hast, dann hast du 13 Punkte vor in der Bundesliga, was Tuchel nicht reingekriegt hat. Ja, und das ändert sich auch nicht von der Bereitschaft, von der Leidenschaft, von der ersten bis zur letzten Minute zu kämpfen. Ein typisches Beispiel war ja unsere Nationalmannschaft. Die Spiele gegen Frankreich. Frankreich ist eine Mannschaft, die um die Europameisterschaft vorne mitspielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da habe ich einen Spieler gesehen von unserer Seite, der in den vergangenen Jahren, da hat er noch zurückgetreten von der Nationalmannschaft, aber er spielt bei Real Madrid. Fünfmal Champions-League-Sieger. Was macht der? Ich habe gesagt, was ist denn da los? Der grätscht. Der gewinnt Zweikämpfe. Also der hat auch gemerkt, oder man hat darüber gesprochen, der hat gemerkt, dass das nur bis zum Fußballspielen, bei fünf Meter dahin, fünf Meter dahin, mal einen 30-Meter-Ball, dass das nicht reicht. Und das hat er gemerkt. Und hat es getan. Und er war der beste Spieler. In Verbindung mit seiner fußballischen Qualität und auch mit der Kampfbereitschaft. Ein typischer Spieler war auch Matthäus. Matthäus war ein schneller Spieler. Er konnte auch Fußball spielen und hat Gas gegeben. Er war ein Weltklasse-Spieler. Nur so geht es. Wenn du ein bisschen Fußball spielst, da kommst du nicht weiter. Du siehst doch auch, dass ein Sahne schon Schwierigkeiten hat, wieder wahrscheinlich in die Nationalmannschaft reinzukommen. Der hat seine Art und Weise, wie der spielt. Und wenn er ein Feldball spielt, stellt er sich hin und sagt, du hast einen Fehler gemacht, nicht ist. Läuft keinen Meter. Das hat, glaube ich, der Nagelsmann. Der Tag fliegt raus. Deswegen hat der Nagelsmann das schon erkannt. Also was hat er denn Wert, wenn du die beiden jungen Spieler siehst? Ja, Muccella und den Wirts siehst. Bei denen siehst du das nicht. Die rennen sofort zurück. Die machen sofort dicht. Und das ist ja das, wo wir die ganze Zeit im Mittelfeld hier auch Probleme hatten. Wir kamen gar nicht schnell genug zurück. Ja, aber trotzdem... Und deswegen sage ich einfach so ein Wirt, aber der spielt natürlich auch nach vorne geil. Macht geile Sachen. Aber trotzdem wird der Sahne mitnehmen. Das hat er auch schon gesagt. Weil der hat ja Qualität. Aber ich hoffe, dass der Sahne versteht, dass er nicht nur seine Qualität nach vorne, dass er auch nach hinten arbeiten muss und bereit ist, alles zu geben. Und wenn er dann eine Stunde gespielt hat und viel gelaufen und so weiter und mit ausgewechselt, darf er nicht so rausgehen. Und warum ausgerechnet ich? Nein, aber er muss es zeigen. Dann ist er ein wehrvoller Spieler für die deutsche Nationalmannschaft. Und auch für den FC Bayern München. Aber wenn er das nicht tut und nicht nur er, auch andere Spieler, dann funktioniert das nicht. Ja, also ich fand die Nationalmannschaft, es war gut aufgestellt, defensiv stand sie gut, alles okay. Also für mich ist das Herz der Mannschaft ja das Mittelfeld. Ja, ja logisch. Und wenn das Herz funktioniert, dann funktioniert eine Mannschaft. Und so ist das nun mal. Ja, also wenn die harmonieren und wissen, was jeder, was er zu machen hat im Mittelfeld, dann wirst du auch Spiele gewinnen. Die sind ja auch die Jungs, die auch die Stürmer, sag ich mal, in Szene bringen und die machen dann auch Tore. Aber wenn du ein gutes Mittelfeld hast und mit den beiden jungen Leuten hast du ein gutes, dann hast du noch zwei Erfahrener ein bisschen, die da hinten dran stehen. Oder drei sogar, ja, die da wissen, lass die ruhig mal noch ein bisschen laufen, die unternehmen viel. Ja, und dann gewinnst du auch gegen Holland und dann gewinnst du auch gegen Frankreich, ganz einfach. Ob das natürlich jetzt so weitergeht, ist natürlich eine andere Frage. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder, sag mal, vorher haben wir das Wasser bis zu den Augenstehen gehabt, jetzt haben wir es wieder erstmal bis zum Hals stehen. Jetzt kriegen wir wieder Luft und deswegen kann diese Geschichte der Nationalmannschaft eigentlich ganz gut ausgehen. Nein, und diese Spieler bestimmen auch den Takt. Die spielt, eine spielt bei Real Madrid, der andere spielt bei Barcelona, hat bei Manchester City gespielt, mit Gündogan. Und dann welche von uns, die in unserer Nationalmannschaft und bei großen Vereinen wie Bayern München spielen, die müssen dann wegzeigen. Dann haben wir eine große Chance und das ist aber, das ist ja bei den Vereinen das Gleiche. Bei den Vereinen müssen welche da sein, die denn, die Vorgaben, die gemacht werden, die müssen die zusammen mit allen anderen lösen. War das jetzt die Brücke von der Nationalmannschaft zurück? Ja, wir sehen die Spiele vom Verein und das Wasser stellt uns bis hier hin, das braucht man nicht. Aber man muss auch Beispiele nehmen, das sind Beispiele, die auch bei uns dann funktionieren können. Und so ein Toni Kroos ist ein Beispiel jetzt. Ich muss den Hut von sehen, ich habe immer ihn kritisiert, weil das zu wenig war. Von seiner Klasse her und von seinen spielerischen Qualitäten war das zu wenig. Aber er setzt auch eine Sache ein, die Qualität zu kämpfen, zu feiten, bis ein Resultat dasteht. Ja, dann ist er, dann ist er natürlich. Und das sehen die anderen ja auch. Das ist ja nicht so, die haben alle nichts gesagt. Aber gesehen haben sie es alle, auch die Experten, was da war. Und jetzt, ja, jetzt ist alles wieder eitel Sonnenschein, aber es ist noch nichts erreicht. Die Europameisterschaft fängt erst an. Und nur so geht es. Ich habe gestern, haben sie mich angerufen, die Gegner, die Gegner, der Gruppengegner. Hallo, mit dieser Einstellung und dieser Qualität, die wir haben, dürfte es kein Problem sein. Und es dürfte auch kein, und ich hoffe ja auch, dass es kein Problem ist für unsere Mannschaft, dass sie sich zusammensetzen, zusammensprechen, dass wir eine Einheit sind. Und natürlich auch, eben, das gehört alles dazu, wir haben gesagt, vom Tor arbeiten. Wenn ich eine Chance kriege, dass ich das Ding reinmache, das ist ja ganz, ganz wichtig. Also eine Sache noch, und das finde ich für die Bundesliga sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, das ist in Leverkusen gewesen, und zwar, ich habe da so ein Training gesehen im Fernsehen. Und das fand ich schon absolute Weltklasse, das muss man einfach sagen. Also das war ein Spieler gewesen, der diagonalen Ball rüberspielen sollte, zu einem bestimmten Punkt. Und den Punkt hat er nicht richtig getroffen. Er ging immer so ein paar Meter weg. Dann hat sich der Alonso den Ball genommen, hat sich fünf Bälle hingelegt und hat alle fünf Punkte getroffen, da, wo der hinspielen sollte. Dann hältst du, also die Gesichter von den Spielern, ja, die haben gesagt, wow, das war das Ding gewesen. Und dann hat er auch gleichzeitig gesagt, ich will nicht, dass der vier Meter da, fünf Meter da, sondern der muss genau dahin kommen, weil er muss den Ball noch verarbeiten, holt ihn runter und, und, und. Da rennt er vor, macht er dann, springt der Ball weg, kommt er. Also das sind so Sachen, die ich da bei dem gesehen habe. Und da hast du natürlich als Spieler sofort Respekt, wenn dir ein Trainer was zeigt, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe mit dir da in Bochum, wenn du den Trainer dir was zeigt, wenn er noch fit ist, ja, dann hast du natürlich gesagt, wow, leg mir mal, da brauche ich ja gar nichts mehr sagen. Also wenn der mir was sagt, dann kann ich nur die Ohren spitzen und sagen, zuhören. Ja, aber da gibt es aber nicht viele Trainer, die das können, weil sie sind auch älter geworden, so ein Alonso. Wir haben auch viele Lehrer jetzt mittlerweile in der Bundesliga, ne? Der hat ja einen wilder Spieler, der es einfach drin hatte und für den kein Problem. Nein, ich wollte das schon mal reinschmeißen. Ja, kurzer Ausflug, aber trotzdem, sieben Spiele sind noch zu spielen. Und nächstes Auswärtsspiel steht an gegen Hannover. Er hat es ja so gesagt, die haben die Möglichkeit, oben mitzuspielen. Unser Auswärtsspächer, starker Gegner. Was kann man denn erwarten? Also ich bin mir nicht ehrlich, ich glaube nicht, dass wir in Hannover was tun. Dafür sind die zu gallig zu Hause und da wird das Stadion voll sein, auch von denen ihrer Seite. Auch wenn wir jetzt 10.000 mitbringen. Ich glaube, das wird aber auch ganz schön schwer. Es kommt darauf an, wie wir spielen, ob wir jetzt uns wirklich, wir haben ja schon mal so ein Teil Pressing gespielt, auch auswärts. Aber ich glaube auch, dass wir uns bei dieser Truppe nicht zu weit nach vorne wagen sollten. Wir sollten erst mal gucken, dass wir lange, 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 lange 0-0 spielen. Ich glaube nicht, dass wir da gut beraten sind, offensiv zu spielen. Ja, es ist volles Stadion, ganz klar. Die Situation ist ja die, dass Hannover 96 noch die Möglichkeit hat, Relegation auf jeden Fall. Aber wenn wir uns hinten reinstellen, das darfst du nicht. Weil wenn wir uns hinten reinstellen, was, Therode ist kein Konterspieler, Top ist kein Konterspieler, da kommst du gar nicht nach vorne. Ich würde schon mutig sein und auch die attackieren. Mit den rechnen die ja gar nicht. Dass wir die früh attackieren, wenn die lange Bälle schlagen muss ich gar nicht. Hast du dir jetzt gesagt, jetzt hören die zu und jetzt wissen die genau, wie sie spielen. Bitte? Jetzt hast du das ja gesagt. Natürlich, wie sie spielen. Die hören das ja auch, was du sagst. Der entscheidet ja dann. Der Gerritz hört das vielleicht auch. Und deswegen mutig sein, Fehler, große Fehler zu vermeiden und jeder für jeden da sein. Erste Minute an, weil, das haben wir auch schon öfter gesagt, man wiederholt sich ja manchmal. In dieser Liga kann ja jeder hinschlagen. Wir haben auch, sagt Pauli, geschlagen. Sie sind fünf Punkte vom Tabellenzweiten. Nein, ich bin nicht der Meinung. Was wir in den Aufwärtsspielen gezeigt haben, das war zu wenig. Also wir haben verhessenmäßig schnell immer die ersten 20 Minuten, haben wir immer einen reingekriegt. Und ich finde irgendwo, auch wenn wir jetzt pressen würden, Klaus, sind die Felder mir zu groß, dass die da zu schnell durchkommen? Ich meine, dass wir erstmal probieren sollten. Du hast ja recht, wir haben vielleicht keine Konterspieler. Aber du brauchst ja nicht immer Konterspieler, um unbedingt irgendwo rauszukommen. Man kann ja auch mal kombinieren miteinander. Das ist ja, du musst ja jetzt nicht so einen schnellen haben, wo du lang aus und sagst so, gib mal Gas. Aber man kann ja mal rauskommen. Aber dass wir nicht zu schnell in Rückstand geraten, dass wir wirklich mal in der Halbzeit 0-0 spielen. Ja, und dann auch mit Selbstvertrauen wieder rauskommen. Wenn du natürlich so wie in Berlin, patsch, patsch, zwei Stück reinkriegst, dann bist du sowieso gebrochen. Da kannst du dir auch im Kopf sterben. Aber ich finde, irgendwo, wir haben jetzt mal das probiert, das probiert, das probiert. Weil ich glaube, wenn man uns ein bisschen zurückzieht und auch richtig jeder gegen jeden wieder ein bisschen spielt im Mittelfeld, dass die nicht zu Abschlüssen kommen, dann glaube ich, dass man besser fährt. Du darfst sie nicht spielen lassen, indem du den Gegner erst angreifst, wenn er am Ball ist. Ein wieder ein typisches Beispiel, man muss es einfach auch erwähnen. Bayern München spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Die Bayern kommen nicht in einen richtigen Zweikampf. Warum? Weil sie erst angegriffen haben, weil der Gegner am Ball war. Jetzt habe ich doch gesagt, die haben mir das Spiel ja angeguckt. Ich habe gesagt, die können spielen, wie sie wollen, weil die zu spät waren. Ja, und das darf ich natürlich nicht, nicht mal ein Bayern München. Da geht das auch nicht, obwohl die auch Chancen hatten. Aber trotzdem, sie haben 2-0 verloren, weil sie kamen gar nicht richtig ins Spiel. Und das darf nicht sein, dass der Gegner angespielt werden kann, Bälle annehmen, weiterspielen, wieder Bälle annehmen. Nein, das muss ein Traum sein. Und das hat mit viel Laufarbeit zu tun. Das kannst du aber, so wie du jetzt gesagt hast, das ist ja die Gefahr, wenn du Pressing spielst, dass da irgendwie durch die Gassen Bälle durchkommen und deswegen die schneller nach vorne laufen können. Ich glaube, dass man einfach mal, also das ist meine Meinung, wir können ja darüber diskutieren. Aber ich glaube, dass wir uns mal erst mal zurückziehen sollen. Wir haben schon viele Sachen gemacht mit Offensive. Es ist einmal gegen St. Pauli gut gelungen, ja, und, aber ich glaube, weiß nicht. Also, ich meine eher, dass wir uns mal, dass wir keinen uns einfangen, dass wir einfach mal spielen, dass wir nicht sofort wieder in Rückstand geraten. Und das ist das Schlimmste. Sobald du wieder in Rückstand, dann musst du aufmachen, und dann, dann musst du richtig aufmachen wieder. Ja, aber du musst es ja sowieso eng machen alles. Ob das weiter hinten oder weiter vorne. Dann müssen die entscheiden, wann sie das machen. Aber zurück, dann nicht warten, bis du abgeschossen wirst. Nein, du musst draufgehen, egal wo du spielst. Aber dann, um umzuschalten, schnell umzuschalten, dann muss die Post abgehen. Wenn du die Bälle abgefangen hast, den Zweig auf gewonnen. Also, da bin ich ja vielleicht ein bisschen gemischte Meinung. Also, wenn ich jetzt nach vorne gehe und probiere zu pressen, dann nehme ich ja die Abwehr mit. Ja, alle. Die Abwehr mit, also habe ich dann Freiräume irgendwo mit den schnellen Leuten, die Hannover auch hat, wieder in die Gassen reinzukommen. Ja, jetzt heißt es, Kaminski, der jetzt auch mal ganz gut gespielt hat jetzt hier, fand ich, der hat jetzt keine großen Fehler gemacht. Das sind aber im Auswärts, wenn die durch die Gassen spielen, ist er natürlich wieder mit einer der Langsamsten. Also, da sehe ich schon wieder eine Gefahr, dass du da zu weit aufrückst und dass die dann durch die Gassen durchkommen. Aber ich habe keine Mannschaft in der Zweiten Liga gesehen und ganz wenige Mannschaften in der Ersten Liga, die so fein nach vorne spielen können. Ist keine da. Nicht mal Bayern München hat da Probleme, wenn der Gegner aggressiv und es eng macht und lange Bälle, ja, wenn der langer Ball über 60 Meter geschlagen wird, wenn du da nicht da bist, ja, wie bei der Weltmeister Schlotterbeck, der hat es nicht begriffen, dann geht das nicht. Die hohen Bälle, die musst du dir erobern. Und im Mittelfeld kannst du Bälle abfangen und dann darf kein einziger Ball quer oder zurück gespielt werden, weil dann ist der Gegner wieder hinten. Du musst, wenn du den Ball abgefangen hast, dann muss vorne der Post abgehen. So, pass auf, ich werde dir jetzt einen Antrag stellen morgen, dass du auf die Bank kommst. Ja. Und dann sitzt du nicht Kreuzer, sondern der Kreuzer soll sich ganz links hinsetzen und du sollst dich dann daneben setzen und dann sollst du dem mal sagen, wie du das siehst. Das ist ja meine Meinung. Das ist meine Meinung. Das kann man immer wieder sehen. Nicht jetzt nur unser Spiel, sondern auch andere Spiele. Wie du den Zweikampf gewinnst und spielst einmal quer und zurück, ist alles wieder vorbei. Das Umschaltspiel, das muss dann funktionieren. So. Und wenn ich den Ball nach vorne spiele, kann da hinten auch nichts passieren. Und was haben wir gemacht? Hier der Querpass von den jungen Spielern da abgefangenen Tor. Das ist, das geht nicht. Aber wir müssen auch versuchen. Du kriegst einen Knopf in den Ohren hier. Wie James Bond kriegt er einen Knopf in den Ohren und dann sitzt du oben auf der Tribüne und sagst zu ihm was. Aber wir müssen ja mal versuchen, auch auswärts mal was zu holen. Und nur abwarten, da holst du nichts. Das ist meine Meinung. Guck mal, wir haben doch viele Auswärtsspiele verloren. Da haben wir einfach zu wenig dafür getan. Und natürlich müssen die entscheiden. Schön natürlich. Die sind da. Die trainieren die ganze Woche jetzt wieder. Und wir beide, wir können mir ein bisschen erzählen. Wir spielen nicht mehr. Wir haben mal gespielt. Und wir müssen den Daumen drücken, dass wir Punkte holen. Dass unser Feindlicher in eine ganz, ganz schwierige Situation kommt. Die Situation ist schon schwierig. Aber die kann ja noch schwieriger werden. Weil ich weiß jetzt nicht, welches Heimspiel wir nach Hannover haben. Nürnberg. Nürnberg. Glaubt mich tatsächlich noch was. Aber die werden uns auch nichts überlassen, auch wenn wir befreundet sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die kommen auch hier hin. Die haben mit unten und nach oben überhaupt nichts zu tun. Weißt du, wie das geht? Gegen solche Gegner. Die spielen locker frei auf. Ja, ist auch schwer. Es sieht alles schwer. Läuft die Zeit ab? Ja, die Lampe ist ja schon ausgegangen. Hallo, ja gut. Rekord aufgestellt. Alles klar. Heute war auch ein bisschen länger. Heute war auch ein bisschen länger. Weil wir auch wieder mal wieder einigermaßen gespielt haben zu Hause. Und wir sind leider nicht gewonnen. Wir sind ganz klar. Es ist unser Feind. Schalke 04. Nein, meine Güte. Ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet. Aber ich bin mittlerweile über 50 Jahre hier in Gelsenkirn. Schalke ist mein Verein. Und mit deiner sowieso auch. Und wir sitzen oben auf der Tribüne. Wir zittern uns einweg. Die Vorstellung, in die dritte Liga abzusteigen, die will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Und dafür ein Appell an die Jungs. Jungs, ihr wisst, für wen ihr spielt? Für 180.000 Mitglieder, für immer 60.000 Stadion. Reißt euch denn auf. Den Arsch auf. Genau, kannst du ruhig sagen. Lass uns so stehen. Alles klar. Wir erwarten nicht viel, aber sind gerne für Überraschungen. Ja, genau. Danke und Glück auf. Glück auf.